Ich hab's nicht angewaschen, bevor ich mit dem Mechanik gerne bin. Da hat's rausgeraucht, wie man sich in der Tasse fritösen Wasser spritzt. Wenn ich gar gespitzt bin, ich auch schwitze. Die halbe, wenn ich mich nicht durch den Nennig stehe, dann musst du weg. Ich hab mir die halbe gekauft und hab mir ruft ja, es ist fertig. Ja, super. So, wer fährt denn zuerst? Ja, weiß ich nicht. Ich hätte gesagt, du fährst gar nicht komplett vor, oder? Wir schauen, was ich vom Ingen regionaler Ja, super schön, ich mache mich. Wir gehen. Los geht's nicht in der Nähe. Da ist ein Unten. Los geht's euch so gerne zusammen. Wir machen lass uns der Wien, die wir den Wien noch nicht überraschend haben. Wir machen hier alles. Wir machen die Tasse. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber hinter dir kommt, glaube ich. Der Martin hat mich fast gekillt. Okay. Dann hat er so einen Stein hinterlassen. Oh ja, oh ja. Und wir haben 20 cm verbraucht. Fuck. Jetzt ist das Rallye Martin. Das können wir jetzt unten noch viel haben. Einmal einstellen. 500 Euro mehr, wie du es denn immer dafür bekommst. Das ist mit dem Pedal. Und dann hast du das hinten ausgeschossen. Da musst du rechnen. In rechts. In rechts. In rechts. In rechts. Ich glaube, das ist mit rechts. Es ist bei mir dann rechts vorbei geschossen. Da musst du was der rechte gingen. Dann machst du wieder alles wieder, Martin. Jetzt können sie die komplette Biesten neu preparieren. Die zwei Bäcker da schon her. Und der scheiß Neugestift ist gezählt. Das war das letzte Mal. Was? Nichts einmal Sälbach. Nichts einmal Sälbach. Dann, dann. Immer wieder Sälbach. Immer nur Sälbach. Hast du zwei Bäcker oder was? Ja. Das ist nochmal neu. Dann kauft einen neuen Rahmen. Erinnerung. Ist ja wurscht. Ja genau. Erinnerung. Ja. Ja. Ist ja kalt. Ist ja kalt. Ja gut. Das ist schon frischer, wenn man nichts tut. Ja. Jetzt ist die Zorn weg. Ja, der ist irgendwie knackig unterwegs. Ja. Ne, fahr bitte. Ich bremse hier nur aus. Ja. So, Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, so wie doch schätze Okay, let's go. Das war's für heute. Sollte So, Meine Füße sind schon ein wenig gewohnt. Dreimal ist es schon einmal mehr als was wir im Sommer gehabt haben. Sagen wir es wie es ist der Armin, das ist einfach eine dicke Sau. Der muss einmal ein bisschen 20kg ausbecken. Glaubst du, dass das ist? Ein Teil mit Vorderbremsen ist das geil, aber... Alles klar. Ich bin zu Fuß und ich bin drauf gekommen, dass er Vorderbremsen bei einem Rahl alleiwand ist. Ja, fahren wir. Bevor wir eine Gopro ausgehen. Die hat nur 1 Stunde 50. Ich bin zu Fuß. Ich bin zu Fuß. Ich bin zu Fuß. Ich bin zu Fuß. Jetzt bin ich von der noch. Ich bin zu Fuß. Ich bin zu Fuß. Ich bin zu Fuß. Ich bin zu Fuß. Es wird erstmalig. Untertitelung aufgrund der Audioqualität. Sollte Das war's für heute. Was ist das? Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Das habe ich auf dem Video. Wir sind so viel bei einer Kuh vorbeigefahren. Das war geil. Bei einer blöden Kuh. Bei einer echten Kuh. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Super. Wo ist es hier?